Sorry für die gerade abrupte Unterbrechung hier. Dieses blöde Power Battery hat sich gemeldet und da hat die Kamera die Aufnahme einfach abgebrochen. Gut, jetzt geht das Level ja erst richtig los. Ich wollte das Level jetzt nicht extra von neu beginnen. Tut mir leid, Leute. Waaah, genau. Ah, da ist die Tür da zu. Und hier war auch noch was, genau. Natürlich, jetzt kann ich dasselbe nochmal machen. Dann machen wir das Bonus-Spiel. Melonenkerne spucken. Nimm einen knapper Kürbis in den Mund und spucke die Kerne auf deinen Gegner. Wenn seine Energieanzeige auf Null steht, hast du das Spiel gewonnen. Ja, und das ist mein Lieblings-Mini-Spiel hier. Na komm. Ah, jetzt versteckt er sich doch auch noch. Na komm. Na komm. ... 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 Und wir bekommen eine Feuermelone. Genau, Melone heißen die, nicht Kürbis. So, jetzt muss ich mich erstmal umschauen hier. Gab es da nicht noch einen Schlüssel hier? Okay, hier geht es aber weiter. Damit schwimme ich noch kurz weiter umschauen. Nach roten Münzen. Hä, da war doch auch nix. Ach doch! Hier waren wir Läden. Okay, dann war es das hier. Okay. Wow. Ah! Okay, da war nichts mehr. Ah, ein schönes Hintergrundbild hier. Nö. Okay. Kriege ich da noch die 100% wenigstens? Wo kommt die Kude denn bitte her? Nö. Da muss ich da wohl eine Extra-Tür übersehen haben oder so. Im Bonusspiel. Ja, dann klemme ich das jetzige Level dahinten dran. Und dann kriegt das nächste Schloss halt ein Extra-Part. Ich hasse dieses neue Power-Battery-Dings da, was ich da habe. Das war nämlich zum zweiten Mal passiert jetzt, dass einfach die Aufnahme abgebrochen hat. Lackettus Hinterhalt. Oh, Turbies. Hä, genau, hier jetzt so zum Start war gleich mal was. Und wo führt das hin? Boah! Einen Moment bitte! So, weiter geht's. Nochmal dieser technische Vorfell-Effekt. Worauf ich gar keinen Bock hab... Ne, da brauch ich einen Schlüssel. Hm. Hier ist ein Schlüssel. Ist dann wenigstens nur rote Münze? Nö. Nö. Deutregen. Schnapp den mehr Münzen als dein Gegner, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ey! Was soll das denn? Wird mir nicht größenwahnsinnig, mein Freund. Okay. Helmet. Jetzt kann ich auch hier erstmal weitermachen. Das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Das ist eine kleine roten Münze. Also bringt das nix. Wow! Dann kann hier auch noch was sein. und dann... Das ist ein Schalter. Und ein Leben. Jetzt stehe ich wieder hier! Betrug. Ach, weil der sich bewegt hat. Okay. Hier, friss! Hier, friss! Friss! Hier, friss! Hier, friss! Hier, friss! Ach, hier war das, wo ich mich beeilen sollte, um die Blume zu kriegen. Ne, zwei rote Münzen. Okay. Alles eine rote Münze. Genau. Da oben war auch noch was. Das sehe ich gerade so. Und ich habe das falsche genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für die Blume war. Deswegen... Du dummes Miststück. Genau. Was war hier eigentlich noch so los? Was? Ah! Alle Münzen für Funden. Was? Ja! Da kommen die Blume noch. Ich weiß es nicht. So. Habe ich zumindest die Gegner aus dem Weg. Okay. Dann kann ich hier nur noch durch waschen. Bist du ein guter Fahrer? Dann gib Vollgas. Das ist Drücke B, um die Gegner zu überlisten. Jetzt dürfen wir Autofahren. Da 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 da! Hey! Also ein guter Fahrer bin ich generell beim besten Willen nicht. C'mon. Gut. Und noch ein Bonus Spiel. Ah! Ah! Ich will das nicht machen. Aber gut. Ach! Ich habe den falsch gemacht. Ich habe den falsch gemacht. Wie blöd ist das denn? Gut. Dann beende ich den Part hier. Und das nächste Level kriegt halt ein extra Part. Wehen der Aufnahmeunterbrechung. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.